Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ghost of Tsushima. Wir sind hier bei oder in den Mauern von Yairikawa. Und wir wollen immer noch ein bisschen gucken, ob es hier irgendwas zu finden gibt. Denn, oh, ich habe schon was gesehen. Bisher möchte hier noch niemand unsere Hilfe. Sie glauben, sie können sie aussitzen. Ja. Würde ich total dran glauben. Ja, denen geht es hier noch echt gut, aber wie lange noch? Haftbombe, Leder. Oh, Haftbombe, das war es leider. Okay, guti. Hören wir hier raus. An sich müssten wir sowieso, glaube ich, eigentlich rausgehen. Wir. Ich würde am liebsten da vor das Tor gehen und alle wegschnetzeln. Aber ich glaube, es ist ein bisschen ungut. Also an sich haben sie jetzt noch einmal Gnadenfrust bekommen. Aufzeichnung. Rationierung in der Yairikawa-Festung. Auf Befehl von Ujimasa, Stadthalter der Yairikawa-Festung, ist zu jeder Zeit strikte Rationierung einzuhalten. Jeder, der dabei erwischt wird, Essen zu stehlen, mehr als die zugewiesene Menge zu nehmen oder fälschlicherweise weitere Angehörige zu nennen, wird unverzüglich eingekerkert. Okay, Kerkert. Wiederholungstäter können exekutiert werden. Ich weiß, dass das drastisch ist, aber wir dürfen uns kein Nachsehen erlauben, solange die Belagerung durch die Mongolen anhält. Aha. Greifen die eigentlich nur mich an? Voll unfair. Die sind jetzt hier los. Was ist denn da? Was fehlt? Okay, wir lassen die mal am besten, oder? So, niemand hat uns gesehen. Wir haben es nur ein bisschen angestachelt. Ist alles okay. Oh nein. Ist wir jetzt gestorben. Ja. Dumm gelaufen, ne? Da wollen wir doch eigentlich hin. Legendenerzähler. Ach, ist das ein Legendenerzähler einfach nur? Ich will mal da hochgehen. Ja, das funktioniert immer noch nicht, dass die einzelnen Treppenstufen nach oben gehen. Hä, der kann wenigstens mal die Wäsche hier aufheben. Was soll denn das? Hier ist irgendwo was draußen, oder was? Über uns? Doppelleiter. Hinten durchsteigen. Ne, warte mal. Können wir gleich machen. Ich will aber erst nochmal ganz hoch hier. Oh, Aufzeichnung. Was ist denn hier los? An Stadthalter Ujisama berichten. Mein Herr, es geht das Gerücht um, dass der Neffe des Jitu mit einem Angebot auf euch zukommen könnte. Euch seinem Onkel anzuschließen, der irgendwie die Mongolen aus Burkane da vertrieben hat. Ich rate euch, keine vorliegenden Entscheidungen gleich welcher Art zu treffen. Eure Festung wird nicht fallen. Je länger ihr standhaltet, desto mehr Druckmittel habt ihr, ein Geschäft mit dem letztendlichen Sieger abzuschließen. Sei es nun der Jitu oder der Kahn. Es mag wohl am besten sein, abzuwarten, bis sich beide Seiten gegenseitig schwächen. Dann schlagt ihr zu und bringt ganz Toyotama und vielleicht sogar Tsushima selbst unter eure Kontrolle. Bitte zieht all diese Optionen in Betracht. Euer ergebener Diener, Kiyochika Raikawa. Okay. Vorredeklauen hier. Ja, also. Ne, Leinen. Lieber Herr Vogel, da unten ist eine heilende Quelle. Oh nein. Das ist doch das, wo wir hinwollen, oder? Ach, das war nun echt nur der Legendenerzähler. Aber da unten ist eine... Will nicht sterben. Aha. Also ich verstehe jetzt immer noch nicht, warum die hier nicht angreifen. Vielleicht sollten die Mongolen bei mir in die Lehre gehen. Heiße Quelle Morgenpracht. Dann gehen wir mal ein bisschen uns ausruhen. Jetzt, wo der uns nicht plötzlich so extrem schnell helfen will. Sinnieren übernächster Frühling die Yarikawa. Rebellion. Uns beschäftigt ja gerade die... Äh, komm, machen wir das. Ja, komm, machen wir das. Vielleicht... Da ist japanische Arhorn. So, übrigens, man kann bei Death Stranding auch in solchen Pfützen baden. Cool, gell? So, ähm, kann man da hochklettern? Sollte man das tun? Vermutlich nicht. Wo sind wir eigentlich? Ah, wir sind hier. Gut. Äh, da ist eigentlich unsere Reise, geht da weiter. Hier unten, das ist... Genau, das ist das. Hm. Sollen wir vielleicht das hier machen? Dann werden wir mal hierhin reisen. Wir haben auch noch fünf Fertigkeitspunkte. Ich hab's nicht ausgewählt, gell? Ja, war klar. Dann gehen wir mal zur Yuna. Ich suche Yuna. Habt ihr Yuna gesehen? Habt ihr... Wieso kann man mit ihm reden? Achso, man kann nur mit den Reden, die man praktisch gerettet hat, scheinbar. Alle anderen geben eine Aufgabe, im besten Fall. Oder ein bisschen Vorrede. Gut, wo ist sie denn jetzt? Die Madame, da oben scheinbar. Gut, wo ist sie denn? Ich bin hier in der Nähe. Der Feigling von Yari Kawa Suche nach Spuren von den Bogenschützen Ja, da geht's weiter, aber ich wollte mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwas haben Nee, aber hier sind Fußtapsen Wo sind die denn hingelaufen? Spuren Hier sind Spuren Oh Okay, da wird nicht geredet, da wird einfach nur geschaut Bis zum geht nicht mehr So, hier geht's weiter Wo ist das? Was ist eigentlich so, dass ich da? Ja, ich bin da. Und ich bin da. Sie sind da. Ich bin da. Mein Mann, mein Mann. Hm. Okay. Sie haben sogar noch etwas Vorräte dabei gehabt. Hm. Nein. Okay, dann komme ich halt. Ich komme nicht weg. Sag mal. Ich will doch nicht irgendwie herkommen hier. Hm. Suche in der Nähe des Lagerfeuers. Hier haben wir noch was. Oh, die Feiglinge von Yarikawa heißt das doch. Sind das etwa Feiglinge? Kopf unten und seid leise. Sind sie übergelaufen? Hm? Oh. Oh. Das war's für heute. Oh, ich werde alle sprengen. Okay. Okay. Ich bin hier. Taka, ich bin in der Kühe. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Jin, bitte. Taka hat sich entschieden. Dann schau mal, bitte. Irgendwas passiert mit ihm. Wir haben alle manchmal Angst vor, ich kann hilfreich sein. Ich habe mich ein bisschen an König der Löwen erinnert gerade. Gut. Achso. Ich soll nochmal mit ihm sprechen? Zum richtigen Zeitpunkt? Was ist denn der richtige Zeitpunkt? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Okay. Sind sie alle schon tot? Was sind die denn alle? Besiege die Mongolen. Wo denn? Sind hier noch jemand? Oh, da. Da oben sind sie. Kehre ins Missionsgebiet zurück. Ich weiß nicht, was sie hinzufügt. Besiege die Mongolen. Wo denn? Oh, da. Ich kann nicht so weit vor, sonst bin ich für ein Mission zu lief. Hä, wo ist denn jemand hin, ach da, Vorräte, okay, das war es, oder, ach da oben. Ich kann nicht mehr. Das war's für mich. Es wird Zeit, dass wir uns wieder in eine Unsen sitzen. In der heißen Quelle. Der Viking von Yadikawa. Ach, das... Ach. Ja, der Bruder, der Taka ist das. Oder? Soll das der Taka gewesen sein? Der Geist von Yadikawa. Der Aufzeichnung aktualisiert. Okay. Sehen wir gerade in Yadikawa? Ach ja. Wieso sind wir denn in Yadikawa? Hä? Warum? Sind wir hier? Ich will wieder ein bisschen die anderen da ärgern. Hier. Hier gibt es ja schließlich Waffen oder sowas. Bisschen rumärgern hier. Alte Gusche. Die brenne ich an. Hä? Ach, ist das schön. Ähm, schade eigentlich. L3 Kamera seid ihr hier. Aha. Interessant. Ja, schade jetzt. Ähm, ja. Hab ich mich wieder ein bisschen rumgegeigelt. Jetzt hab ich natürlich kein... Äh, was ist hier oben? Kannst du da rüber? Well. Jetzt haben wir die wenigstens schon ein bisschen ausgedünnt. Waren wir schon mal da oben? Ich glaub, bei dem Tor waren wir noch nicht, oder? Oder war das das Tor von eben? Nee, das ist ein anderes Tor hier. Guten Tag. Sag mal. Tch. Bisschen ärgern. Haha. Kommt rein. Jetzt aber keine... Keine... Probleme, oder? Zwischen uns. Haha. Haha. Ja, wer hat Angst. Wer hat Angst. Bisschen irgendwie oben. Oh. Ich fahr hier fast runter. Das ist nicht so gut. Das ist aber auch bescheuert, dass man hier das machen kann, gell? Das ist keinerlei... Schade. Naja, okay. Hören wir mal auf, die zu ärgern. So haben wir so ein paar Pfeile. Mh, Mist. Wenn es jetzt hier keine Pfeile mehr gibt, dann ist es ein bisschen blöd. Leder gibt's hier. Das ist anscheinend super Leder. Das ist Gold. Ja, es tut mir leid, aber... Ich hab die mal ein bisschen kleiner gemacht. Oh, was liegt da noch? Ach, die Sonne liegt hier. Okay. Gut. Und der Fallensteuer hat, glaube ich, nichts für uns. Hier ist ein bisschen Vorrat. Vor allem, wahrscheinlich machen wir dann die ganze Arbeit und der andere sagt einfach, hör, 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 was? Erinnert mich ein bisschen an Dragon Ball Z, hier an den... Äh, wie hieß er nochmal? Satan hier. Nicht Mister. Wie hieß der denn? Herr Satan? Nee, Meister Satan. Nee. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Schwiegervater von Son Goku. Wo geht's denn hier hin? Hello. Oh. Kommen wir von hier? Ach ja, von hier kommen wir. Wir konnten schon da das eine blaue Ding übersehen. Das verstehe ich jetzt aber nicht. So, dann... Die machen hier ein bisschen Carry-Carry. Warte, wo bist du? Werden wir mit mir geredet? Ah, da. Okay. Also, die habe ich, glaube ich, alle schon hier mal geguckt, dass hier was ist. Hier bei denen waren wir auch schon. Gut, dann würde ich sagen, wir haben hier alles ausgeräumt. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren... Oh. Leinenreichen Tag. Und bleibt gesund. Bis morgen. Tschüss. 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 Sieernme Beach.